Wir finden einen anderen Weg, um an die Information zu kommen. Hast du's nicht in das Herz gebracht, die unschuldige Lara in das Licht zu führen? Es geht hier um ziemlich viel Geld, Romeo. Ganz ehrlich, du musst noch jede Menge lernen. Wenn Harro beim Amtsarzt aufliegt, dann haben wir alle ein Problem. Und du hast ihm jetzt die Symptome erklärt, die er haben muss, damit er damit durchkommt. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, jemand wie Dien zum Vater zu haben? Und dann, während man selber nur darunter leidet, dass der Mist baut, lachen die anderen drüber, finden ihn auch noch charmant und witzig. Ich finde das echt zum Kotzen. Wenn er das alles nur für euch macht, weil er bei euch sein will, weil er wieder was gut machen will. Ich habe vor, hier ein bisschen drauf zu bleiben. Diesmal will ich es wirklich auf die Reihe kriegen, mein Jungs. Gibt es mir dabei?